Und zurück in Red Dead Redemption. Ich habe jetzt die Quest nochmal gemacht. Und dieses Mal habe ich alle Schafe zurückgebracht. Ging immer wirklich besser, wie beim letzten Mal. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich mich nicht wieder verdrücke, weil ich habe mich bloß verdrückt vorher. Dann schauen wir nochmal. So, jetzt schauen wir doch mal. Jetzt nimm mir aber gerne mal die Waffe hier runter. So, wir nehmen einmal hier bitte die. Und hier nehmen wir die hier. Und hier nehmen wir die Waffe. Gentlemen. Dutch, Leopold. Where have you been? Working. Marston's thing. Good. Und? Und? Wir warten mal ein bisschen Geld. Um, ein paar Schafe. Leopold, mein guter Freund. Und hier sind wir hier. Ich bin ein wunderschön, ein wunderschön, ein wunderschön, ein wunderschön. Für Ihre gute Gesundheit. Danke. Van der Linde! Geh raus! Geh raus! Geh raus! Van der Linde! Ich weiß nicht, aber ich stehe mich. Mein Name ist Leviticus Cornwall. Ich bin nicht ein Mann, der sich mit den Sie, wie Sie! Geh raus! Bevor ich diese Männer zu tunte! Was denkst du? Geh raus! 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 Das ist ein Kteilchen. Das ist ein Klapp. Scheiß, dein Neues. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Klapp. Das ist ein Klapp. Das ist ein Klapp. Wir wollen uns zurück. Ein Klapp. Das ist ein Schuss. Identity, what is worse than admonishing a man for the sins of another? Who wants to be the Messiah? No, I don't hit you! Straus is down! Get trapped, you fools! Arthur, cover us! Now we'll push the wagon. Arthur, shoot someone! I'm trapped. Ah! I'm shooting. I'm behind the weapon. I can actually push Arthur. You can kill me. Ah! Ah! What are we doing? Get this out of here! Ah! We are just gonna walk out of here! This shit is red! Shut up! You can talk! We are... We are going to go out of here! Shut up! We killed this man! Ah! Ah! Oh! Oh! das schaffen so jetzt kontrollpunkt starten was nehmen hier so Dann haben wir den noch Fäser. Und wie wir sie versuchen, Archer, kannst du es als Cober benutzen! Was ist das, was wir tun? Geh hier! Es ist ein Scratch, shut up! Kannst du sprechen? Darn, you woulda! Would you shut up and kill this bastard! Guck! Winkie! 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 This is madness! Down the frontline now, Mr. Strauss! Winkie! 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 Bist du nicht pushin' das Ding? Der Mann ist hier! Die Horsen sind da! Grab Strauß und los geht's! Ah! He out of here! Please! Ah! Schnauil! Und jetzt ist es ein Chance, kommen wir! Puhren Strauss auf den Backen von John´s Horsen, und wir kommen hier raus! Wir machen sicher, dass niemand folgt uns. Wir kommen zurück zum Camp. Wir werden die Truppen holen, und werden sie beginnen zu packen. Ja, wir können nicht weitergehen. Los geht's! Okay. Nur eine Waffe. Ich hätte besser raus können! Oh! 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 So, wir schauen mal auf die Karte, unser Camp. Und das Camp ist nicht mehr da! Okay, dann muss ich irgendwo anders hin. Einfach weg hier. Die noch auf hier. Können wir den Gesetzes hüttern? Ist jetzt unser Camp da? Wahrscheinlich muss ich nicht erst dann kommen, komplett. Ich hätte vorher bloß auf den Wagen rausspringen müssen. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Wir gehen nach links, ist das der Plan? Für jetzt. Und wann wir bleiben? Wenn wir nach Paris kommen? Das wäre schön. Wir sind die Kommune. So, wir gehen? Ja. Wir bleiben, wenn wir einen Ort finden, und wir gehen nach unten. Wir gehen nach unten. Wir gehen nach unten. Wir sind ein paar Körpers. Ich meine es. Wir haben nicht sogar die Verzweiflung von einem anderen Körpers. Wir versuchen nur zu überleben, Hosea. Wir haben keine Wahl. Das wird bald. Das wird bald. Das wird richtig. Wie immer. Wie immer. Micah hat mir gesagt, dass wir einen Ort stehen können. Schau mal hier. Dewberry Creek, sagte er. Okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how are we gonna do that? I don't know. Start dancing? Looks like I turned into a goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. Charles, come with me. Okay. Krueberry Creek. Now, where have I heard that before? Oh. Oh. What are you doing? Or what? What? Oh. What's wrong with you? Oh. 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 So, where are we going? Find a new spot to camp? We're packing up and moving on. Again? We have to. And fast. We'd already pushed our luck too far before that mess we just made in Valentine. Ah, that didn't sound good. Killed a lot of law. Killed a lot of cornwalls, man. They must know where we are by now. So, we're heading south? Yeah. Area called Dewberry Creek. Dutch wants us to give it a look. Make sure it's clear and a good place to lie low for a while. I've only known him a few months, but the way he talks, I never thought I'd see him wanting to head south. Right. And I know by now, there ain't no lying low. There's too many of us for that. And there ain't no way Dutch is gonna just hide away in a campfire. And we can't follow. Oh, we're going to get back here, guys. That would be admitting we're nothing more than lowdown criminals. Which we are. You don't have to tell me. So where does it end? Where does what end? Moving and running. Dutch don't see it as long. Ah, down here. Why don't we follow the streets? I don't know. Hang on a second. I think that must be it up ahead, the old dried up creek. Seems very open. Yeah, it does. Ain't sure to be the best in the rain neither. Well, let's take a look around. Ah, here will ya hausen, or what? Yeah. Hey, I see something over there. We saw nischt. He's been shot. Let's be careful, Arthur. hmm there's a camp just up ahead sure let's get ready for business any issues shoot first i'm not gonna shoot for the sake of it survival's for the sake of it quit talking you started it Was scheint jetzt seine Java? Oh, ein Feuer brennt noch. Wo ist jeder? Vielleicht haben sie uns gehört. Sei vorsichtig. Ich bin vorsichtig. Kann man lieber noch ein bisschen was snacken? Na, Dosengemüse bin ich voll. Ja, das ist schon ein bisschen was. Ja, das ist schon ein bisschen. Da ist jeder hier jetzt. Nein, so... Ja, das ist schon... Ja, das ist schon... Oh, ja... Okay, okay come out of there you okay He said, are you okay? Sprechen sie deutsch? Nichts German? No Now go on, get out of here Go, we need the land, go Get the hell out of here They took our father Who did? Men, last night Where? Where did they take them? They ain't no business of ours I don't even speak their language You ain't as tough and dense as all that Come on The girl was pointing this way Let's see if we can pick up a trail Come on, girl There, tracks Come on What's going on with you? What do you mean? You were just gonna send that woman and her children on their way? We're wanted, man We got Pinkertons braiding down our necks We should be moving camp Not running off on some wild goose chase Come on, Arthur Not how you are Well, maybe you don't know me as well as you think you do We should be moving camp for a little bit of a guy You did a little bit of a guy Also, was hat mit den Pinkertons passiert? Woher? Als du mit Jack fischst? Sie sagten, sie waren zu uns. Sie gefordert mir Freiheit, wenn ich den Schiff umgekehrt habe. Sie haben das falsch gemacht. Und da. Wir sollten dann gehen, wenn du mich fragst. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Gib mir einen Moment. Arthur. Sie gehen da nach dem Wasser. Ich sehe sie. Wie du gesagt hast, Die Masters sagten mir, sie haben ihn gebeten. Sie sagten ihn in fronte von Jack. Das Kind. Es wird für ihn schwer sein. Ja. Aber er hat mehr Folk, die ihn nachher schauen. Unbekanntes. Das wird wahrscheinlich wieder so ein riesen Ding sein. Ja. 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 Das ist ein Bewegung. Oh! So where is this guy? I don't know. But you know something? This is a better camp spot than back there. Much easier to defend. Maybe. There he is. Quick, cut him free and let's get out of here. Okay, let's go. Doesn't look like it. Nice to have. Nice to have. Schießt denn ja nicht. Machen Sie mich los. 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 Hey, old girl, come on down here. Why don't you show us this creek you've been pissing in. Hey, you don't look too rosy, old friend. I thought this warmer weather would... My days are looking good along over the Dutch. Always green, crushin' and bubble burst a few. Come on, Jose. Let's go, baby. Come on, then. Okay, fire goes here. Wäre cool gewesen, wenn wir mal irgendwie, äh, so Häuser gekriegt hätten hier oder so. Hopefully, der kommt später noch. But here, you did well, fine in that spot, Arthur. More Charles than me. It's like I can breathe again, thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipe some good, Jose. I was once in this country with Bessie. Ah, it feels like a lifetime ago. It was a lifetime ago. But what a life we have lived, how well we have fought. Especially both of you. I hope so. But now, when things are desperate, we have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us. Where we don't have to hide. Ah, like where? I got some ideas hatchin'. But I need you with me, not against me. Both of you. Of course. Still, we do need money. So keep a low profile, especially in the local town. After Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. But start turning over the soil and the rocks. See what turns up. Dutch? We've got to be discreet. Imagine, what a slew of rich, simple tins there must be down here. Ho, ho, ho. This is perfect for you, Jose. You'll be able to play them like a fiddle. Nothing would give me great pleasure, but no buts. Geile Gegend here. We fish and we enjoy the day. Looks like law up ahead. Play it cool. Yeah. Hold. Whoa. Hello, gentlemen. Well, look what the cat drug in. I seem to have gotten myself in a spot of bother. Quiet back there. Let's see if we can't sort this out. How are you boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray. This is my deputy Archibald McGregor. It is good to meet you. You a Scott? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no, 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 I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool. But he is not a bad fellow. Now, can we, can we just, no. I wouldn't do that if I were you. I, shit. Hey, the Anderson boys. I can't have more scandal. Well, allow us to help, my friend. Arthur. Chase wanted man. And, and take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy. Perhaps we can discuss the foolish magician. Let's go after that train. And do not shoot them, you hear me? Come on, hurry. Come on, come on, we're losing them. Will you relax, we're not losing them. Faster, come on. What's your name, sir? Arthur. Arthur Callahan. Faster, Mr. Callahan, please. My neck is on the line here. I get it, I'm doing my best. Hurry up, dammit. Looks like your son of a bitch is gonna make it. You sure I can't just shoot him? No. Then I'm not saying that. You said pretty. Come on. Goddamn cowards, hide behind that badge. Woo! That must have hurt. Leave him. Stay with that train. The train is slowing down to go through the station. Now's our chance. See if you can get alongside the train. See the flat carriage? Head for that. Get us as close as you can. You think you can jump on there? Me? Why me? Because you ride like my grandmother. You dumb bastards. Let it do nothing. Ah! Get out! Stay on them. They're only making it worse. Stop! Come on, shitbag! Come on! You stop them, I'll stop the train. Come on, bastard! Damn, bastard! Get the hell away from me! Come on, Mr. What? Ohne kommentar. Roll it, make it worse. Get the hell away from me! Come on, Mr. Callahan, I'm relying on you! Come on, Mr. Callahan, I'm relying on you! Stop! Ah! This is a deal with the value. Just you and me now, pal! I'm gonna ride ahead and stop the train. It's just us there, lawman. Come here. You ain't need to bother. Let me go! Can't do that. Need some gin? Come on! Just don't kill her. Ah! Ah! So, are you sure? Sadly, sir. I'll run out here. Good evening. Try at least. Ah! 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 And then we'll take it in, alright? I'll break you! Ah! Ah! Was do I do? Oh! Ich weiß nicht, wie man sich, äh, die Entdeckung geht. Warte, mal schauen wir schon an die Steuerung. Äh, Spiel. Deckung ist da oben, okay. Deckung, okay. Schauen wir nochmal. Ich komme für dich, Nick. Ich werde mich überraschen und stoppen die Träne. Es ist nur uns, dann, Lawman. Komm her. Du hast nicht mehr Probleme. Lass mich gehen! Ich kann das nicht tun. Ich versuche, zumindest. Ich werde dich nicht verraten. Du bist sicher? Komm her! Komm her! Komm her! Gut wieder, ja ja, bitch. Okay. Ich hoffe, er wird mit dir... Das können wir uns mit dir mal ein bisschen gut stellen. Ich weiß nicht genau, ob ich das sagen würde. Sind Sie hier mit der Umgebung? Nein, nicht wirklich. Auf der Seite, diese Tobacco-Fields? Das ist Teil des Kalaga Halls, größtes Staat, die von der Gray-Familie an der Gray-Familie liegt. Sieht sehr gut. Ja, wir sind in der Nähe von etwas Räume hier. Ich sage dir, die Grays haben in Kalaga Hall für Generationen geleistet. Oh, ein riesen Haus, ey! Der Sheriff Gray ist derjenige, den ich bestes kenne. Aber sie haben das Geschäft in der Stadt. Welche Stadt? Die Räume, Herr. Du kennst es nicht? Wo sind wir jetzt? Es ist nicht, wie es vor der Kriege war, aber es hat seine Charme. Ich bin sicher, dass du bereits über die Grays wissen. Wie ich gesagt habe. Wir sind gerade hier runtergekommen. Eine große Familie in diesen Teilen. Sie haben ein Städte westen von hier. Schreckliche Menschen. Schrecklich schreckliche Menschen. Sie haben mit den Grays schon so lange, wie ich mich erinnern kann. Es klingt wie ziemlich der Ort, die du hier hast. Okay, keine Waffen in Rhodes benutzen. In der Stadt, schätze ich mal. Okay, ist das die kleine Stadt, oder wie? Hier sind wir. Willkommen zu Rhodes. Okay. Auf der Seite, auf der Seite, ist die Räume Parler. Eine sehr reputante Salon von der Grayfamilie. Wir haben auch eine Generalstelle, Gänschmitte, Post-Office, Train Station, natürlich. Was mehr braucht ihr? Sehr wenig. Oh, gut. Sie sind zurück. Und das ist dein Freund, oder? Ja. Okay, wir werden uns auf der Seite auf der Seite, außerhalb der Sheriff. Kannst du Anders aus dem Hohen und ihn für mich nehmen? Nein, ich sehe ihn. Ja, sicher. Schau, schau. Schau, nicht nur den dort auf der Seite, um das ganze Stadt zu sehen, um ihn zu sehen. Schau ihn über. Ja, ich habe schon gesagt, das regnet nicht mehr. Viel. Ich würde die andere Stadt ein bisschen geiler fand. So an den Bergen. Herr Gray! Wir haben ihn alle. Sehr gut. Ich habe dir gesagt, Arthur würde es geliefert. Der Mann hat eine Passion für Justiz. Das ist wunderbar. So, uh, mit meinem Freund hier? Ihr Idiot Freund ist frei zu gehen. Aber keine Probleme von dir, Partner. Ich versuche dir, das war alles nur ein großes Verständnis. However, ich möchte Ihnen von der Bühne zu bedanken. Ich versuche mich zu erinnern. Ich versuche, dass ich das empfiehle mag. Herr McIntosh, es hat ein wirkliches Wille. Die besonders guter Bürger der Rhoades. Wir willkommen. Ich versuche, dass du hier bist. Ich versuche, dass du hier bist. Ich versuche, deine Freundin zu leben. Wir haben genug Probleme von den Räsen. Die alten Zeitler, die, die, leider, verletzten, verletzten und verletzten ihre Dignität. Wie schrecklich. Komm schon. Komm schon. Ich werde diesen Mann auf der Strecke. Komm zurück und sehen uns bald bald. Entschuldigung. Herr Präsident. Bo? Es besser wären die Räume. Ist das wahr, dass du mit dem Penelope gesprochen hast? Ich versuche, dass du genug bist. Wo bist du? Wo bist du? Und wo bist du? Ich versuche. Ein Caravan. Auf der Seite der Stadt, hinter der Kirche. Es ist schrecklich, aber niemand kommt zu sehen. Die ganze Stadt ist verletzt, in dieser unverletzenden Füde zwischen den beiden Familien. Heselot, Greys und Braithwaite. Interessant. Zwei alten Planteiden. Und die Rebellen. 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 Wo ist der Bank? Jose? Oh Gott. Ich habe dich gewusst. Ich habe gehört, über die Rebellen. Ich habe gehört, über die Rebellen. Ich habe gehört, über die Rebellen. Ich habe über 13 Jahre gearbeitet. Es dauert einen Monat, um uns hier zu finden. Und es scheint, dass wir ein bisschen Sport machen können. Es sind gute Rebellen. Wo du das hörst? Einige Leute, die ich in einem Kampen, neben der Städte. Sie sagten, dass es darüber gesprochen hat. In Bars, in den Norden und Westen, über 500 Kilometer. Es gab eine Sprache von Superagenten. Superagenten? Ich würde gerne einen treffen. Es ist nur eine Sprache. Ich bin sicher, es ist. Aber ich kann dir nicht sagen. Bleib aus dem Problem. Danke, gentlemen. Woah. Danke, Arthur. Scheiße, das wollte ich eigentlich annehmen. Dann wird Schnupfen gedrückt, wieder mal. Ich spüle aus mit dem Sand hier, mit dem... Oh. Kann ich was machen hier? Kann ich hier ein Konto eröffnen? Okay. Ja, werden wir später bestimmt noch rein kommen. Alter, wie sieht der denn aus? Hat auch so lange nicht mehr gefressen. Ich sah mein Bruder sterben. Ich sah meine Freunde sterben. Ich sah meine Beine. Ich sah meine Beine. Ich sah meine Beine. Ich sah mich von einem Pferd, nachdem er geblieben wurde. Also, nicht schau mir nichts, aber du hast nichts mehr. Hallo, Herr. Schafften die alles? Vorräte. Vorräte. Hier. Okay. Okay, wenn wir schon mal einen Laden, ist schon mal nicht schlecht. Schau mal, vielleicht hat der so ne komische. Angel. Ne. Sun-Denis-Time. Penny Dreadful-Buch. Wo krieg ich denn das her? Was ist das? Waffengeschäft. Hotel. Komm ich in die rein? Hier ist das Sheriff-Ding. Da ist der Doktor. Muss ich erst freischalten vielleicht? Was ist das hier? Paul-A-Haus. Paul-A-Haus. Schaut mal, das wird die Bar sein oder so? Oh. Ich sehe schon ein bisschen gehobener aus hier. Was ist das hier? Bad. Weil wir unten jetzt bezahlen müssen. Wollte eigentlich mal ein bisschen baden oder so. Will ich hier was machen? Ja, oder wie Mann? Was ist das hier? 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 Untertitelung des ZDF, 2020